Hyundai i30CW Der erste Eindruck, wenn Sie sich am Lenkrad von Hyundai i30CW setzen, ist jener des Vertrauens. Natürlich ist Hyundai nur ein koreanischer Konstrukteur, aber er hat seine Aufgabe gut gemeistert. Das Innere ruft Ruhe hervor. Selbst wenn wie bei vielen Konstrukteuren einige Plastiken etwas steif sind. Der Innenraum ist großzügig. Der i30CW mit 4,47 Meter Länge ist 23 Zentimeter länger als der Limousine, aber auch und besonders gewinnt er 5 Zentimeter im Radabstand. Alles zum Profit vom Komfort. Wenn der Koffer mit seinen 415 Litern, 1395 Liter, Sitzen geklappt, nicht klassenerst ist, bleibt es jedoch für den täglichen Gebrauch bei weitem ausreichend. Der zusätzliche Radabstand profitiert hauptsächlich die hinteren Passagiere. Sie, Kinder oder Erwachsene, profitieren vom geräumigen Platz bei den Beinen. Fahrerumgebung Die getestete Version entspricht der Premium-Endbearbeitung. Das bedeutet, dass außer der Schuhputzmaschine, alles was für eine sichere Führung nötig ist, ist bereits vorhanden. Mit einem, in Höhe regulierbaren Fahrersitz, und einem in allen Richtungen verstellbaren Lenkrad, keiner Sorge um passende Einstellung. Bordcomputer, Tempomat, Audio, die alle auf dem Lenkrad zusammengefassten Bedienungen, erlauben, sich auf den Verkehr konzentrieren zu können. Die Ausstattung ist vollständig. Für ein Fahrzeug dieser Kategorie verfügen alle Versionen serienmäßig über ISP, elektrischen Scheiben, zentralen Fahrriegelung, ohne dabei die 6 Airbags zu vergessen und weiter und mehr. Das i30 CW wird in 4 Endbearbeitung und 5 Motorisierungen angeboten. 3 Benziner und 2 Diesel Das Fahrzeug, das wir getestet haben, wird von einem 2 Litern CRDI Diesel angetrieben. Dieser Diesel wird natürlich mit einem Partikelfilter ausgestattet. Er entwickelt 140 PS und bietet 304 Nm. Für die Ich will alles wissen, werden wir hinzufügen, dass der durchschnittliche Verbrauch um die 5,5 Liter pro 100 liegt, und nach dem Konstrukteur würde er 145 Gramm von CO2 ablehnen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwas mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Bilanz gute Überraschung dieses i30 CW. Für einen Erwerbspreis, der zwischen 19.900 und 35.890 Schweizer Franken liegt, erhalten Sie ein vollständiges Fahrzeug. Sicherheit, Komfort und Bewohnbarkeit. Das Fahrgefühl ist angenehm. Der 140 PS Dieselmotor, selbst wenn er nicht immer ein Diskretionsmuster ist, beim Beschleunigen zum Beispiel, fordert diesen kleinen Brake auf dynamische und sichere Art und Weise. Wenn die Direktion verbesserungsfähig wäre, entspricht das etwas steife Fahrgestell, eher gut unseren kurvigen Schweizer Straßen. Die Nüchternheit, die sie zeigt, ist ebenfalls in dieser ungewissen Periode ein wertendes Argument. Dies, der mit Möglichkeiten der Garantieausdehnung bis zu sieben Jahren ohne Begrenzung von Kilometer, ist gewiss eine bedeutende Option für den Familienvater. Zum Schluss könnte man meckern, dass schließlich der Koffer nicht so groß sei, aber was wollen Sie? Passagiere mit den Knien unter dem Kinn und einen großen, zur Hälfte leeren Koffer, oder, wollen Sie eher, von einem komfortablen bewohnbaren Volumen und einem gut gefüllten Koffer profitieren? Die Wahl steht bei Ihnen. Jean-Louis Vidal, Autotop.ch, 2009 Untertitelung des ZDF, 2020